Musik 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 Okay, mit mir now the Rockets Luke Bowen. Luke A result yesterday to forget very quickly. Yeah, it was one of them you know, but I think nigh on every The team that's gone down there this year has bloody got a good hammering. But it was embarrassing really. We're all better than that. They were all just showing us up at the start. But none of us go places to score. Well, I got two. I didn't go there to score two. I had a good heat one and then thought I was going to be on for a good meeting. But sort of went downhill after a heat one really. But yeah, it's one of them things. Tonight another game, another start. But the same team. It's going to be hard, isn't it? Oh, yeah, definitely. Wir haben nur eine halbe unserer normalen Team. So, hopefully, die Guests können in und tun ein guter Job. Aber wir alle wollen gut sein. None von uns geht da nicht mehr. Es geht nur um Geld, für die Team und die Fans für die Team. Was über deine Form in den letzten paar Wochen? Du hast das Nasty Spill, und es scheint zu haben, und die Points haben nicht zurückgekehrt. Ja, in your head, Sie sagen es nicht, aber vielleicht hat es. Aber nein, wenn ich noch einen Knochen habe, ich werde es immer nachdenken. Aber vielleicht hat es. Aber ich habe es nicht nachdenken, wie ich es am Anfang des Jahres war. Ich werde es nicht anders sein. Es ist eine Sache, aber ich werde es versuchen, und ich werde es versuchen, und ich werde es wieder gewinnen. Was ich zu sagen, ist es Mann oder Maschine? Aber ich denke, es ist ein bisschen von beiden, ist es? Ja. Ich habe immer viel Zeit in meinen Bikes, aber ich habe es versucht, die Hans-Andersen, und ich denke, sie sind ein bisschen zu stark. Ich habe es ein bisschen zu stark. Ich habe das erste Mal hier, ich habe ein guter Rhyde. Als die Dirt geht, ich werde es spinnen, und ich fühle mich nicht mehr, aber ich bin zurückgekehrt, auf mein olden Rhyde, was ich an der Rhyde, was ich an der Rhyde. So, wir sehen, wenn es gut geht. Wir sehen, ein paar ersten Turns, wo du gerade aus dem Rhyde und wir sie alle drücken, und wir können mit ein paar Rhyde zurückgehen. Ja, die Sache ist, wenn ich auf vier komme, ich weiß nicht, dass ich da erst bin. Aber ich habe mich mit dem, und meine Bikes nicht pullen mich wie es ist. Ich habe die Bikes und fühle meine Bikes all den Weg zu der ersten Korn, aber sie sind nur auf dem Moment. Ich werde die alten Bikes und hoffe, ich werde das Bikes mit dem ersten Korn, mit keinen cutbacks. Ich habe es gesagt, Sie können nichts für granted. Sie werden hier überlegen, Sie haben nichts zu verlieren. Nein, das ist es. Wir sind die Unterdöger, aber wir sind auf der eigenen track, so wir haben das für uns. Sie haben natürlich Oli, Aspergen und Robbo, all ex-Ryhouse Rhyders. Ich weiß nicht, sie haben noch jemanden in da. Aber nein, wir sind alle gut Rhyders, so wir haben alle zu tun, und machen es gut. Es ist ein schönes zu sprechen. Wir sehen uns die Punkte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.